Herzlich Willkommen zu unserem Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Du hast eine Agenda mitgebracht, Barbara, heute. Ja. Ab und zu habe ich am Abend das Gefühl, ich habe so viel gearbeitet, nicht das gemacht, was ich wollte. Ich bin nicht zufrieden mit mir. Und ich hatte keine Zeit für mich selber. Ja, das geht vielen so. Hast du da einen Tipp? Ja. ZMM. Zeit mit mir. Tue mich fett in eure Agenda jeden Tag. Ein bisschen Zeit für euch eintragen. Egal wie lange. Wichtig ist, haltet euch dran. Und ihr werdet merken, ihr seid am Abend viel zufriedener. Das ist ein guter Tipp. In dem Sinn, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Bis zum nächsten Mal. Töne Mal. Geräusche. Tudo ist, es sehr schnell. Verstattel bei uns beim nächsten Mal. Auch bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020